Danke fürs Vorbeischauen. Ich bin der Kriminalpsychologe und Prof. Dr. Thomas Müller und ich muss heute auf dem 5. Dezember einfach hinweisen darauf, dass wieder ganz gefährliche Täter mit Maske bekleidet und eine rote bewaffnete Unwesen treiben. Aber nicht nur das wird im Dezember passieren, sondern auch die Comedy-Härten werden wieder zuschlagen. Und zwar vom 27. bis 30. Dezember wird die Datzeit sein. Ja, und zwar mit was? Mit einem Jahresrückblick, ja. Genauer Zeitpunkt da dort 19.30 Uhr und der Tatort Casanova-Bahn. Also ich würde mich freuen, wenn ich Sie dort sehen würde. Ansonsten müssten wir nämlich eine Großvaterung noch machen. Also, Wiederschauen. Wir sehen uns Ende des Jahres. Danke. Bis zum nächsten Mal.